Was geht, Freunde? Was geht, was geht, was geht, was geht? Oh mein Gott, Digga. Tamam, bist du noch am Kacken? Hallo? Ich bin doch schon da. Hier, the one and only. Soll ich jetzt kaufen oder nicht? Warte, noch nicht. Leute, ich war lange weg. Mein Bruder Assi war auch lange weg. Ich war auch schon vorher inaktiv, Tamam. Er hat sich heute geleakt, sein 1-Millionen-Abo-Special. Majid, komm rein! Ja! Wir haben es geschafft, wir sind wieder da! Wir sind wieder da! Ja, die sagen schon, ich sehe aus wie Shindy. Der eine sagt, wir haben einen Blöderladen-Mitarbeiter, Digga, reicht doch. Bruder, kommst du frisch von Hochzeit? Geht's euch gut soweit? Seid ihr bereit? Sollen wir endlich rein oder was? Die Leute, die den nicht geschaut haben, die schauen den einfach nochmal. Ist doch kein Problem. Einfach Hatar-Mitarbeiter. Ich hab dich gefehlt. Apropos Haare, Leute. Oh mein Gott! Meine tapferen Soldaten, es tut mir leid, aber ich muss für eine Weile ins Exil. Ich kann mich erst wieder blicken lassen, wenn mein Abo-Special erscheint und dann werde ich ganz YouTube eingehen. So, ich mach ein bisschen leiser, sorry. Es ist nur eine Frage der Zeit, also habt keine Sorge. Ah, korrekt, das ist mit meinen Fettfingern, wie da alles gep***t hab. Geht's euch ehrlich, wirken uns auf die Toilette. Hä, was, woher kommt denn die... Es tut mir so leid, Chat. Oh, hast du gerade was gespoilert, Digga? Nein, nein. Ist noch nichts passiert. Am, am. Es tut mir leid, aber ich muss für eine Weile ins Exil. Ich mein, das ist ein Stream geht aus. Ich kann mich erst wieder blicken lassen, wenn mein Abo-Special erscheint, und dann werde ich ganz YouTube einnehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, also habt keine Sorge. Ich werde wiederkommen. Boah. Diese Qualität. Ist doch auf 1080p, oder? Ja. Ja. Wir können sogar 4K gucken, aber dann leckt es wieder nicht. Dann leckt es auch. Oh mein Gott, oh, guck mal. Wir haben ein Problem. Schauen Sie sich das an. Die passen auch richtig, diese zwei Generäle, ne? Die zwei Generäle sind total. Deswegen hab ich die ja genommen. Herr Kommandante, unser Anführer als Assi-TV hat seit einem Jahr nichts hochgeladen, und unser Militär ist sehr geschwächt. Wenn das so weitergeht mit den Klicks, werden wir nicht mal mehr einen Angriff vom Kuchen-TV aufstand halten. Soldat, machen Sie sich keine Sorgen. Er wird schon zurückkehren. Und er wird uns nicht in den Stich lassen. Er ist der Letzte auf YouTube, der uns Hoffnung gibt. Und er weiß ganz genau, was auf dem Spiegel steht. Punkt jetzt durch. Irgendwo da draußen wird er uns schon hören. General, er mit dem Stempel. Kommandant. Pause, Bruder. So. Willst du wirklich? Sollen wir nicht einmal durchgucken mit dem Chat und danach dann so über die Szenen reden? Aber ich glaube, die meisten haben den Film ja schon geschaut, oder? Ja, ja, ja. Ja, doch, schon viele haben gesehen. Digga, das Ding ist, es gibt wirklich für jede Szene gefühlt, so, wenn ich nicht was zu sagen hab, dann hast du 100% was zu sagen, weil es hat gefühlt nichts, nichts ist glatt gelaufen. Aber wir dürfen nicht lachen, wir dürfen nicht lachen. Alhamdulillah, tausend Mann, wie geht's Gott? Ich küsse den Gott. Habebe. Wie kennt sie auf YouTube? YouTube? Ja. Ola, ich kenne jeder, der kennt die YouTube. Ola, gib Sie reiten. Gib Sie gerettet. Gib Sie gerettet. Als ich YouTube kannte Habebe, er kannte keiner. Es gibt einen Mann, der Name Azitavao. Ja, das war's. Der Name Azitavao. Der Name Azitavao. Ola, ich bin der Fall. Uhaat Allah. Er macht alles kaputt. Hey, Kuro. Du bist eigentlich derzeit Azitavao, vor dem wir die ganze Zeit drehen. Kuro. Ist das denn ernst? Bekul ist fast abgekackt, meint Revi, nicht die Shisha. Ja. Der war der Jürzfurtball. Der ist direkt zu dem Lema. Wie geht ihr mit Shisha geschoben? Du musst dich meinen, wie auch, sah? Bist du ja verschwunden? Er ist verschwunden, die Mora. Spure. Verschwunden. Verschwunden. Ich lebe. Ola, ich mache alles auf. Ha? Ach, la, Azitavao. 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 Ach, la. Ach, la. Ach, la, Azitavao. Ach, la. Ach, la, Azitavao. Nächste Kokie-Vorty, ne? Ola, ist schwer. Ich habe keine Ahnung, aber es wird die einzige Rettung. Diese Neuzeit-Youtuber an und Streamer mit deren gezogenen Fresse. Ist dir das nicht mal aufgefallen? Ja. Alles passt, ich weiß schon. Ola. Ist die einzige, ne? Warum beleidigt der uns, Alter? Du machst das, damit die Leute reacten und dann beleidigst du sie in deinem Film, du Ekelhafter. Ja, ja, die Reaktor, die haben so geguckt, die so alles was was. Was? Wir gehen rein in der Neufeil, da sagt der Hugo. Ja? Ja? Dieser Mann kommt, der Rettung hat alles. Direkt wieder raus. Was? Nein, Habibi. Und jetzt frag mich, du schlaff mal. Kannst du das mal hören? Ich kenne ihn, Habibi. Ahla, Fick, Habibi. Ahla, Azitavao. Ist das Samajam? Ja, ich bin Samajam gerade hier. Was geht? Was geht? Alles gut? Leute, komm ruhig. Wo stehst du? Die Leute fragen bei jedem Video in den Kommentaren, wann das eine Million Abos kommt. Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Ja. Irgendwas muss ich übers Leben durch. Irgendwas. Wo kann er nur stecken? Wo bist du? Bruder, du bist ja immer noch in meinem Zimmer. Was sollst du einfach machst du hier? Geh doch wirklich raus. Du weißt, die Leute mich schon lassen. Ich hab nix gebracht. Digga, hat dir das eigentlich gefallen in der Szene so, dich selber so hier so an deinen Teebis zu spielen und so? Ja, ja, es hat mir gefallen. Das war richtig geil. War das geil? Ja. Du weißt, das möchte gar nichts. Geh doch nicht auf die Maske und geh raus, komm. Boah, dein Zimmer ist voll warm. Ich sterbe hier drin. Ist die Klima an? Ich geh mal n' Döner weitermachen. Warte, wer von euch hat erkannt, wer das ist? Wer von euch weiß, wer das war? Stimmt. Ich geh hast deine Maske. Das haben voll viele, glaube ich, gar nicht gecheckt, weil es dunkel war an der Stelle. Richtig. Das ist... Genau. Ja, ja, der hat kurz zugebracht. Einfach, die Döner. Vor allem, wie bist du da drauf gekommen, Bruder? Generell diese... Wir reden noch nicht. Okay, wir reden noch. Ich vergesse immer, dass manche, die noch nicht gesagt haben, ich will nicht reden. Ich kann nicht mehr sein. Ich werde dich finden. Nicht sein, du steckst nur. Wo? Wo bist du? Gott, du Scheiße, was hat der Echawina gemacht? Ja, das ist unser Buch. Was ist das? Ich bin bei Sony noch gefliegt. Scheiße, du Scheiße. Das kann es sein. Das kann es sein. Ich weiß, wo du bist. Ich werde dich finden. Ich dachte, das ist so gut, ne? Ich weiß, wo du bist. Ich muss mal echt sagen, die Widebeck hat das sehr gut gemacht. Was? Ja, safe. 100%. Ich weiß, wo du bist. Sag mal ehrlich, hast du ein paar Stück daraus gegessen? Wir haben reingehauen. Die war auch leer, bestimmt, ne? Nein, die war nicht leer. Der General wollte unbedingt essen, der war vor Fenster die ganze Zeit. Ich habe sogar noch, ich habe noch Video, ich kann später zeigen. Der steht da Fenster, der macht so. Gibt mal die Chips, brumm mal die Chips raus, Alter. Gibt doch mal Chips, Alter. Gibt doch mal Chips, Alter. Ein bisschen Requisite, Alter. Ich zeig euch gleich die Snaps. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich hab dich. Wer bist du, Alter? Wer bist du? Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Ich wollte mich verarschen, Leute, Telefon verarsche. Kommst du uns? Ich weiß, wer du bist, Alter. Was wommelst du da? Was wommelst du? Ich werde dich lieben. Alter, wer bist du denn? So, bitte, mach ich. Bruder, ich hör nichts. Ich hab Kopfhörer. Ja, aber du hörst doch das Monitoring, oder nicht? Ja, sag nochmal. Test. Es tut mir echt leid. Er sieht Landkarte, wo alles mit X ist, außer Mitte, und weiß dann, wo er ist mit Telefonnummer. Sorry, dass wir nicht für 200.000 neue Avatar-Map produziert haben. Das wir nicht bei, äh, weiß ich nicht, bei Hollywood, bei Rockstar Games angefragt haben, für 3D-Modelling, 5 Millionen Euro bezahlt haben. Tut uns leid. Wir schauen erstmal zu Ende, dann werdet ihr sehen. Ich sag gar nichts mehr. Geh da. Guck mal, guck mal, guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Da haben wir dich endlich, du kleiner Bastard. Was glaubst du, wer du bist, Lan? Keine Videos, kein Face-Leap, nichts. Wo ist dieser eine Million Special Land? Du kleiner, verfickter Wichser, halt deine Fresse, du Schro... Du nennst mich nicht, Wichser, hast du verstanden, du kleiner Bastard? Weißt du, was ich mit dir machen werde? Oh, wäsch, wieso? Was? Oh, was ist denn? Weißt du, was auf dich abgesetzt ist? Alter. In deinem Kopf sind eine Million Berries, und die werde ich mit nach Hause nehmen. Also, Jungs, wir fangen an. Ey, nein! Bruder. Jetzt kommt die krasseste Szene. Guck, guck, was Cardi macht jetzt. Passt auf. Warum Spylers, du? Ach so, fangen wir an. Aber die wissen doch schon, dass du das bist. Warum scheiß du rein, Bruder? Du hast alles ge... Ja, oh, scheiß doch drauf. Die wissen doch, dass du das bist, Mann. Ihr habt das doch schon alle gesehen. Ey. Okay, wir stellen uns jetzt vor, du hast nicht geredet. Okay, okay. Scheiß drauf, ich hab nicht geredet. Also, Jungs, wir fangen an. Boah, jetzt kommen die krasseste Szene, Bruder. Ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein krankes Hedo jetzt. Ach so. Guck jetzt. Ja, ich guck. Boah, guck mal. Keine Ahnung, wer mich gefickt hat, dass ich mit einer Peso Cargo-Jug sein will. Warum du hast jetzt gerade selber geleakt, dass du gesagt hast, dass du mich gefickt hast? Okay, jetzt bist du geliebt, du kleiner Bastard. Hier, Edis, der Schmale! Hier! Hier, dich und sein Freund Sidar! Kein Problem! Kein Problem! Bruder, Bruder, chill. Der macht Spaß, Abi. Ich mach keine Ansage, die schießen direkt! Die schießen direkt! Wer seid ihr? Könnt ihr mich jetzt auch noch? Fick mir das! Hey, du da spielst. Hey, DJ? Hä? Höh? Höh? Mein Ohr so eingeklemmt, unter mein Ding so eingeklemmt. Höh, wohne alles... Klappen! Wohne alles gut, Alter! Ruh, Junge! Rassi! Ruh! Boah! Boah! Das war wild! Wie hast du den getroffen? CGI, Bro! Digger, das mit... Ey, ich würd so gern auch reden, auch mit ABK und so, oder wo wir da... Gleich, gleich. Ey, mit ABK, ich sag euch, ihr werdet auch sehen, im Laufe des Films, es gibt Szenen, wo man sich einfach nicht mehr zurückhalten kann, wo es eigentlich gar nicht passt, dass man lacht, aber es ging nicht anders. Bruder, wir sind seit 10 Stunden unterwegs, woher fahren wir denn jetzt? Bruder, ich hab damals meinen Playbutton verkauft, wir fahren jetzt dahin, um ihn abzuholen. Weißt du, was dieser Playbutton macht? Der bringt uns zum heiligen Nussknacker. Was? Bruder, warum läuft ihr denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Zum was? Zum heiligen Nussknacker, Bruder, weißt du, warum? Hör doch mal zu! Der Nussknacker nimmt unsere Motivation. Deswegen sind wir am Arsch, wir müssen ihn zerstören. Ich, was? Ja, wir müssen ihn zerstören. Warum lacht ihr? Glaubt mir nicht, ich werde zählen. Was ist das für ein Video? Wir schauen uns gerade das 1-Millionen-Abo-Special an von It's Asi TV, Leute, wo sehr viele Creator mitmachen. Wir sind gerade mal bei 9 Minuten von 36. Der Film geht 36 Minuten, höchste Qualität. Schaut euch das an. It's Heilige sind deine Nuss. Du warst so unverwiss, jetzt. Du bist im Kessel, man, du kleiner, du ekelhafter Mann. Ich habe mich am Ende. Ich habe mich am Ende. Stopp, 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 was wollt ihr hier? Ich bin runter mit dem Chef hier. Okay, du geh rein, jetzt kommt ihr noch. Warum? Weil ich das sage. Bleib doch runter. Nein, geh jetzt rein, verpiss dich. Und jetzt die kleine. Was war das? Ich bin gleich wieder dabei, man. Schwind noch mal kurz. Gigant, komm, klub nicht rein. Digga, ich will ABK und mich auch nicht reinlassen. Das ist Assi, dieser Wichse, der mich damals gefickt hat. Die gibt's auch 100 Fragen. Das war's. Wer bist du, was willst du? Du bist doch Mo, oder? Wer will das wissen? Hey, Chat, bleib bitte entspannt, Notz. Ihr macht das schon sehr gut. Dankeschön, ich bist auch herz. Moreno, also, ja. Nicht beleidigen. Hast du Geld dabei? Ja, natürlich. Komm, bitte, kleiner Piss. Komm, bitte, kleiner Piss. Piss, 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 piss. Hallo. Irgendwann, AK. Wo ist das Geld? Boah, vier Blocks. Boah, ich kann so viel reden, halt. Assi, Hamadi. Assi, Hamadi. Vor Blocks hat Scheiße gefrescht. Weißt du, was das Traurigste an der Sache ist? Was? Das hat einfach nur noch eins. Das hat einfach nur... Vor Blocks unter uns, Raya. Der hat die zu uns gemacht, Bruder, hart. Guck jetzt, guck jetzt. Ich glaube nicht, dass du siehst. Ich glaube nicht, dass du siehst. Ja, das ist ein Uffeldloser Wechsel. Aber ich will schon sehen, was ich nicht mehr machen werde. Was? Schick das nur, du siehst. Hä? Hat der Imbach gerufen, hat der Bullen gerufen? Der hat doch Arkan, der hat... Wie kann das sein, dass die Bullen das nicht sehen? Hä, wie schlecht? Der hat riesige Arkaner, Bruder. Jeder sieht... Hä? Ey, ich soll nicht sehen. Wer bist du? Und was sagst du hier? Ich hab eigentlich gar fressen gehalten. Achso, ist klar. Du Militante. Irgendein Nussknacker hat es dir. Ja, der Nussknacker hat es dir. Ey, was ist denn das für Bordwurst hier? Woher kommen diese ganzen Charaktere? Keine Ahnung, Bruder. Richtig. Richtig, amigo. Schau an, schau an. Du hast ja Eier. Setz dich. Ich wollte nicht mit leeren Händen kommen. Obla. Ich glaube, du hast mitgebracht. Das ist mega. Spannend. Aber denkst du eigentlich, ich bin dumm und ich weiß nichts davon? Wovon? Eine Million Berries auf deinen Kopf. Oh, äh, ich? Ja, alles gut. Ich bin wegen was anderem hier. Ich will wieder das Geschäft einsteigen. Achso, ja, alles gut. Bist du eigentlich schon legal? Nein. Was, was brauchst du da? Warum habt ihr das getan? Was sollte das? Alter. Wisst ihr was? Ich will keine Probleme haben. Ich will einfach nur meinen Playbutton. Den Playbutton? Achso, du meinst diesen Playbutton hier etwa? Was bringt mir das denn jetzt, wenn ich ihn dir einfach so zurückgebe? Ich, ich, ich geb dir Geld. Ich, ich geb dir eine Million Berries. Eine Million Berries, das ist ja süß. Das ist allein auf deinen Kopf schon ausgesetzt. Also gib mir einen guten Grund, warum Bronco hier dich jetzt gerade nicht zu Kleinholz verarbeiten. Warte, 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 warte. Warte, warte. Wenn du mich jetzt umbringst, dann bist du niemals das Puzzle-Apport von meinem YouTube-Kanal. Der Holzkopf hat seinen Punkt. Na gut, dann hat er ein anderer Vorschlag. Wir spielen ein Spiel. Jetzt ASI TV ist neben ihm. Das ist mein Cousin aus Libanon, Leute. Alles gut. Ich bin der Cousin. In deinem Leben. Okay, und was spielen wir? Es ist ganz einfach. Du ziehst eine Karte und ich ziehe eine Karte. Und die bessere gewinnt. Okay, ich verstehe. Also du bist dabei? Ja. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Der Schnubert, der passt aber. Ich weiß, ich habe gute Schnubert. Der passt zum ganzen Set einfach. Ja, ja. Ich gebe dir das Passwort. Ich sage es dir jetzt. Das Passwort. Das Passwort. Also ich meine jetzt nicht, dass ihr einen Schnubert, so, dass ihr das jetzt so mäßig... Passt mäßig. Ja, es hat gar nichts, Bruder. Halt einfach deine Fresse, Bruder. Sollte ich springen? Guck mal, Gormlex. Der springt doch. Guck mal, Guck mal, Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal, Guck mal. Schürt! Tschüss! Schürt! Reicht doch einmal, Reicht! 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 Terminator! Du hast doch gewonnen! Warum hast du das gemacht? Du hast mal Lustrecker gehabt gemacht, was soll ich sein? Warum hat er denn jetzt die Eile schossen? Ich finde das so lustig, diese Bock und dann so, du hörst nur so Du hast Jean-Ric geworden, aber nur eben Ich kann nicht mehr hartes Land, ich mache einen noch, Jean-Ric Schaut, meine Mutter war schon Hauptbahnhof Die beste Szene, die ich geschauspielt habe im gesamten Film Sogar im Film schläft das Du bist halt wirklich eingeschlafen Ey, das ist halt das Ding, die denken halt, das ist geactet Die wissen nicht, dass ich schon 8 Uhr morgens war und wir durchgemacht haben und ich wirklich am Pennen war Was passiert? Du würdest ihn noch erfahren? 1, 2, 3 Arme nach oben! Arme nach oben! Arme nach oben! Arme nach oben! Hier! Dreh um! Adieu! Dreh! Guck! Du hast doch gelacht, du Hund! Guck! Dankeschön, Leute! Danke! Die Dame. Lachen! Lachen! Wir dürfen nicht reden, wir wissen was. Wie ein Crack sehe ich da auf, Bruder. Nein, doch, habe ich mich bei mir? Guck mal, Bruder, Augensohne, Augenzu, Bruder, ich habe noch diese Sandkörner, vor dem Schlafen habe ich noch hier in meinen Augen drin, diese Cracksteine, die man während dem Schlaf entwickelt, wenn man morgens aufsteht. Sohne, sohne, he's on max, to kick slow, rollin' that nice, set it, it will be nice, tech's coming in, love to see, plug with me, see to see, easily, drop flows, I got goals, please spread the word, kickin' it, it's in the curb, catchin' up, party in the tree. Jeder hat durchgemacht, jeder hat Mundi morgens, Bruder, wir müssen alle... Mich sieht man ja nicht, der Baskar. Wie, du hast doch jetzt geliegt, dass du das bist, du Idiot, Digga. Ich bin der Cousin. Endlich habe ich dich gefunden, heiliger Nussknacker. Ich habe dich ein Jahr lang gesucht, und jetzt bin ich genau vor dir. Du hast mir nicht nur meine Motivation genommen, du hast mir auch nur meine Stimme genommen, der Hund. Aber damit ist heute vorbei. Ab heute beginnt eine neue Ära. Warum lachst du denn jetzt? Lass doch mal ernst gucken, Janine, die Leute gucken doch gerade. Hör doch, dieser Film, der raucht ganz halt gerne, oder was? Hi. Alles nur Kunst, äh, Zigaretik. Boah, was? Boah, das ist echt so krass, also, Retop, ich finde das so schön, das ist einfach... Komm, jetzt aufbauen. Boah, wie episch. Brauchen die Jet, Leute. Was geht jetzt los? Türkische Netflix. Netflix. Habt ihr gesehen, Maske brennt? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Adi, die Frau! Bruder, der ist voll hässlich, Alter, der ist fett. Was ist das denn? Wer ist das, Mann? Ich hab's mir anders vorgestellt. Ja. Scheiß auf den. Warum sind dann alle drei fett? Naja. Das ist halt echt so. Und alle drei retten angeblich die Welt, wie immer. Halt's Maul, Alter. Doch, sag da was. Das ist recht. B diss du? Da, waski mal ist. Da, washi, da, washi! Hey, es reicht mir nicht. Okay. Ich versteh' bis heute nicht, ich hab diesen 10 und 20 Mal gesehen. Was machst du denn da? Keine Ahnung! Oh, ich verbrenn' meinen Geh-Waggon, es war kein Motor-Schaden. Raaah! Ich versprach nur, dass ich dich nehme! Arsi, du Wichser! Oh, warte, warte, jetzt bin ich gespannt! Oh, geht's doch! Arsi, du Wichser! Du hast mich damals gefickt! Und jetzt fick' ich dich! Oh! Boah, du hast ihn nicht aus der Hand geschossen? Jaja! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Warte, kann ich schlafen? Dauert ab! Dauert ab! Ja! Bring! Arsi! 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 Was ist das? Arsi, das ist eben wie ein Fortnite! Jungs, sieh-Mex-Mack, Arsi, der wollte mich schrecklich! Wenn du raus, du von mir wichst! Wenn du raus, du von mir wichst! Wenn du raus, du von mir wichst! Jungs, der war wirklich, der wollte mein Kopfgeld! Ich spieg' euer Fortnite! Ich spieg' euer Fortnite! Ich spieg' euer Fortnite! Ich spieg' euer Fortnite! Das tick' ich nicht gut, ey! Es wappelt hier, Mann! Bruder, setz dich mal ein! Was ist los mit dir? Sollte dieser W-Mex nie kommen! Ich hab' noch ein Kopfgeld, Mann! Bruder, das auch! Das ist ein riesen Schaden, Bruder! Halt deine Fresse, Mann! Ihr seid beide Wichser! Ich bin hier nicht mehr sicher, Mann! Ich bin hier nicht mehr sicher, Mann! Warte, komm mal dein Gesicht! Ich weiß nicht! Komm mit! Ich weiß, wie du sicher bist! Wo soll ich denn sicher sein? Mit auf einer Insel? Insel? Ja! Bevor ich da hingehe, musst du noch was tun! Was musst du denn noch tun? Was musst du denn noch tun? Dieses, was musst du denn noch tun? Das war gar nicht mehr im Skript! Das war OOC in dem Moment! Weil ich hatte schon keinen Bock mehr! Das war die 40. Szene, obwohl wir bei 20 aufhören wollten! Und ich wollte am Ende nur so, was willst du noch drehen? Welche Szene gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Was willst du noch tun? Reicht doch! Bevor ich da hingehe, musst du noch was tun! Was musst du denn noch tun? Was hast du denn noch keinen Bock mehr gehabt? Boah, wir schauen mal gleich! Das war der Falls Okay! Was ist jetzt noch bailes fitter, die in die St Ich bin so ein bisschen weg. Hey, Tja. Hey, Tja. Was? Hey, wer ist denn da? Das ist für dich! Bruder! Das ist der! Boa! Boah, guck mal, der ist bei der Basis, Alter. Boah, diese Basis ist halt doch echt. Also, jetzt retorke, diese Basis ist bei mir. Guck mal, die Flagge, Assi-Army-Flagge. Assi-Army, Alter, krass. Wir overraken. Boah. Ja, die Kerl. Rüllen. Seid ihr wach? Wo waren Sie so lange? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wie sieht der Plan aus? Das ist der Plan. Wir haben den Gegner im Zingel. Wie viele Mann haben wir im Norden? 500.000. Im Süden? 250.000. Okay. Wir werden den Plan heute noch machen. Die Operation wird heute noch stattfinden. Das wird funktionieren. Anfänger, als was sind hier vor. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Was wäre denn schon wieder los? Hören Sie, unsere Armee ist sehr stark beschwächt. Wir haben seit über einem Jahr die Militärfahrzeuge mitgebracht. Was ist das? 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 K humanities 2 반� pet 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 Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Schön, schön damit durch Frankfurt gefahren. So, ich sag gar nichts, Bruder. Ich sag gar nichts. Das ist wirklich der krasseste Bruder. Das passt auch einfach, ne? Das passt einfach. Warum guckst du aber mich an? Bruder, ich hab ABK angeguckt die ganze Zeit, weil ich lachen musste. Der hat die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert. Und der hat immer so lange gewartet, bis die gesagt haben, cut. Und diese Millisekunde vorher hat er noch immer Scheiße geredet, damit ich lachen muss. Guck mal am Anfang, wie ich lachen muss. Guck mal, guck mal, jetzt, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Whoah! Schüss! Diese Scheme, Bruder! Guck mal, jetzt! YouTube zerstört! Das hört dich, Bruder! Damit geht noch ein paar Minuten, Bruder. Wusste ich nicht, Bruder. Ey, der ist nur am Rauchen, das fackt mich auch ab. Ja, das ist doch kein gutes Vorbild. Scheiße, ey. Das ist ein Fortnite-Games. Großes, allein deswegen. Das gleiche, ehrlich. Wir haben allgemeine Verkehrskontrolle. Geben Sie mal bitte Ihre Fahrzeugkompi und einen Ausweis. Der Raum ist Kraft gemacht. Ja, ja. Ja. Man denkt türkische Serie. Gut. Gut. Mussten wir da. Mussten wir gar nicht so. Hey, ja. Was haben wir mal? Guck mal bitte. Konto ist echt neugierig, Digga. Am Ka! Amana, Räumen fährt los! Was für Samara? Egal, egal. Oder das ist normal, das? Die müssen erst mal ein eigenes Bild kriegen. Die denken jetzt, die verwechseln. Vorhin war ich doch Schindy. Vorhin war ich ein Gründerverkäufer, war ich doch auch. Autoverkäufer. Geil, Digga. Schön, dass sie da sind, Euro. 1 auf 6, Digga. Yallah, in meine Tasche. Yallah, in meine Tasche. Wie hat der mitgemacht? Ich verstehe bis jetzt. Ey, ich sag dir ehrlich. Der Benzert auf die Begabung weiß. Ich weiß nicht wieso, aber warum fittet der so krass da rein? So krass da rein? Ich guck mal, der sieht aus wie ein Motherfucker, Duda. Der sieht aus wie ein Motherfucker. Theo ist sogar hier. Was geht, Theo? Oh, Theo, was geht? Guck mal, guck mal. Der Benzert auf die Begabung weiß. Aber... Brunner, hast du deine Jogginghose darunter angezogen? So, keine Ahnung, guck mal. Der kommt auch mit Anzug, Hemd, Kargehose. Es ist doch heute ein besonderer Tag. Kargehose, der andere zieht sich einen Anzug an, Jogginghose. Sag mal, habt ihr alle keine Hose zu Hause? Sieht man meine Hose im Stream? Das ist ja was anderes. Ja, und? Ist Teil. Ja, okay, komm mal. Ich bin der Arsch. Ich bin gut. Ich bin der Arsch. Ich bin der Arsch. Es ist Clyde. Wir erzählen gleich alles. Ja, ja. Ich bin der Arsch. You, better move, you might get knocked out, knocked out. You, better move, you might get knocked out, knocked out. You, better move, you might get knocked out, knocked out. You, better move, you might get knocked out, knocked out. Ah, das ist die Insel. Ja. Du hast einfach Theo dazu geraucht, wenn der Mann eine Zigarette riecht, obwohl jemand zwei Meter neben ihm eine raucht, der ekelt sich schon. Und wie hast du das geschafft, dass er das für diesen Film in... Bruder, aber ich krieg das hin. Ich rede nicht hin. Der kriegt schon Bauchschmerzen von Shisha von 100 Meter. Bruder, das ist aber nicht, das ist aber, guck mal, dass du überhaupt im Film mitgemacht hast, ist schon ein Wunder. Also ich krieg das immer hin. Ich schwöre, ich krieg das hin. Meine Vision. Guck mal, Bruder, geht auf 6 Minuten. Hey, woher kommt die Kai-Flagge mitten in Madeira? Keine Ahnung mehr, wir werden gerne... Ja, Broke, sein letztes Video hat 100.000 Outen für mehr als das letzte Video von XAZDV. Komm an, der Kiga, den niemals mehr kennt, macht mehr Abos als ein Konzept von XAZDV. Und der langweilige Rohez mit seinen Reactions ist in den YouTube-Fans. Ey, seid so... Das ist kein Problem. Was denn? Was denn? Wenn das Video fertig ist, dann wird das alles wieder in Ordnung kommen. Rohez. Der PC. Der PC ist... Abgestürzt. Die kann so nicht veröffentlicht werden. Es bleibt Mario im Raum, außer die Ziege. Boah, das kenne ich noch aus dem Trailer. Die Ziege ist... Wollt ihr mich schlacksen? Ihr habt eine Million Soldaten ausgebildet und habt ein Panzer gekauft, aber habt nur einen Kader organisiert? Antworten Sie mir! Naja, egal. Da bleibt nur noch eine Frage offen. Wo ist Arian? Gute Frage, aber nein. Sondern... Wer ist ein Teufel, hat dieses beschissene Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Ich gehe zurück an die Arbeit und ihr findet heraus, wer dieses Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat, bevor es sich doch auf zwei Millionen steigt. Ja, Haus ist da! Wollt, dass Sie da sind, euer Hoheit. Ihr Arbeitszimmer ist bereits hergerichtet worden und das beste Equipment ausmaßlich nachgenommen. Ihre YouTube-Videos werden revolutionär. revolutionär. Ey, das ist so krass, dass ich auf jeden Falle fahre. YouTube-Videos werden revolutionär werden. 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 Pepe! Pepe! Ey, ich bin der Pepe Morsan. Ey, das ist so gut, Alter. Es ist perfekt. Geil. Was für perfekt? Guck mal, da oben reingeklatscht. Deine Wände ist nicht Geld geworden, Bruder. Geld geworden ist deine Wände. Was für perfekt? Reicht, soll ich euch was gedacht, ihr kommt zu einem Video. Und zwar... Okay, dann kommen wir rein in unsere Schauspieler-Rolle. Okay, Jungs, lass uns beginnen. Wollt ihr mich jetzt auch noch ficken? Jungs, Jungs! Hast du gehört meine Waffe, die im Hintergrund auf dem Boden gefunden ist? Ja, hab ich gehört, super. Ich hab die Szene gepickt. Ey, versteck dich hinter mir, der Idiot. Sag, geh doch mal an der Kamera ruhig. Ey, BK muss irgendwo nach hinten, so für die Szene, damit er sich bewegen kann. Guck mal, was BK macht. Guck mal jetzt, der lacht gerade und... Jungs, Jungs! Hä? Bruder, die Kugel geht doch durch diesen Scheiß-Stuhl durch, Alter. Ich will euch nicht retten sehen. Also, du Pietsch, jetzt hab ich dich! Bam, bam, bam! Ach, warte mal. Ich hab in denen die Kamera gefunden worden. Den weiß nicht meiner, wie er auszieht. Schatz! Alter, du musst ja da den Westen sehen. Hast du jetzt schon wieder los? Unsere Armee ist geschwächt, unsere Militärfahrzeuge wohnen seit 21 Jahren. Hast du den Westen gemacht? Hast du den Westen gemacht? Hast du den Westen gemacht? Hast du dich verreicht? Warum lachst du? Warum lachst du? Warum lachst du? Da gab's noch Katscher und so, aber haben die nicht reingelassen. Oh, du kleiner... Ach, warte, 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 warte. Die war gut. Jungs, einmal um den, ganz gut. Rede mal normal. Nochmal, Rede Magic, ach so, ja. Ich rede allein. Da redest du doch nicht. Ziel, Ziel, Ziel. Das ist genau zensiert. Hä? Nein, das ist... Ah, ja, Mann. Go, 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 go. Ziel, Ziel, Ziel. Ziel, Ziel, Ziel. Was hat ekelhaft an die Garten? Ziel, Ziel, Ziel. Du brauchst nicht... Ziel, Ziel, Bruder. Ziel. Richtig im Mund raus. Keine Pisser. Mal 15, hm? Ist das fast. Wir sind jetzt 15.000. Wir sind jetzt 15.000. Tschüss. Wie oft wird diese Szene gemacht? Wir haben eine Siebenex, Bruder. Hast du gesehen? Guck mal, Abo, was der gemacht hat. Schuhe jetzt. Der hat jeden auseinander genommen. Euroweit. Euroweit. Wir haben Schreibtischöcher positioniert im Osten, West und Süden. Viele haben sich hier gewundert wegen den Namen, aber die Namen sind gar nicht nach den Schauspielern hier benannt, sondern die Namen werden hier generell reingemacht von den Leuten, die mitgemacht haben. Das sind einfach nur Outtakes. Deswegen kommen manchmal Outtakes doppelt und dreifach und so. Genau. Weil sich viele gewundert haben, warum da zum Beispiel andere Personen gezeigt werden, wenn der Name anders ist. Ey, seit Ost und Süden ist alles falsch. Wir haben Gruppen im Norden, Süden. Ey, sorry, ich darf mich nicht angucken. Wir haben Gruppen im Westen und Norden. Wir haben den Gegner umzingelt. Nein. Wir haben den Gegner umzingelt. Im Norden, wie viel Mann? 5000. Und 3000. Wir haben den Mann umzingelt. Wie viele Mann haben wir im Norden? 5000. Und im Westen? 3000. Im Süden? 2,5. Das ist ein Schwarz, oder? Guck, was du hier rüberkriegst, oder? Was boppelst du für eine Scheiße? Wir haben doch 101 Millionen Mann. Stört, oder? Seht ihr das? Seht ihr, was da am Auto steht? Die denken, das ist... Leute... Sag, sag. Schämst du dich nicht? Nein. Der Mann... Das ist nicht Mann. Der Junge holt sich ein... Der holt sich ein AMG. Der macht das originale AMG weg und macht ein K dahin. Der kritzelt ein K dahin, damit der AMK steht. Wie viel Ausländer willst du sein? Geht ihn. Nein. Du hast das Auto ausländergenommen. Asi! Heute! YouTube nicht überendet! Sonntag! Rio! Mach mal rein! Es ist perfekt! Nein, nein, das ist Wunder. Ich finde das Mikro von dir. Echt? Nein! 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 Ich kann nicht mehr mit meinen Finger auf! Okay! Einige. Angeorman stoppen? Boah, vorbei. Der Brea hat gekocht. Der erste, ihr. So, jetzt ins Hude, du spuckst du Hude, Digga. Geil, Alter. Das hat mir gekocht, Digga. Hast du was dagegen, wenn ich kurz fünf Minuten Luft hole? Ja, tatsächlich schon. Achso. Wie fandet ihr den Film von eins bis zehn? Ich weiß, vielleicht wird hier der eine so sagen, da, das war so logisch, das war hier ein bisschen unlogisch oder so, aber ich muss wirklich sagen, ich war ja auch dabei die ganze Zeit, wie die anderen Leute auch alle und das war so verdammt viel Arbeit und dass das alles so rausgekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat, in seinem Kopf, weil das Drehbuch war eine reinste Katastrophe, dass das so alles funktioniert, das ist schon krass, Alter, sag dir ehrlich. Besser geht immer. Besser geht immer, 100%, aber ich bin schon sehr, sehr stark gemacht, war echt cool. Auch, dass so viele random Leute mitgemacht haben, so viele Creator. Geil. Halt's Maul, endlich bist du wieder da. Ja, okay, Bruder. Danke für den, war bei Empfang. Ich rede so, ich rede mit denen, der sagt, halt's Maul, endlich bist du wieder da. Sorry, tut mir leid. Ja, okay, gut.